Und jetzt eine schön weitere Mischung, sieht man jetzt nix aus. Und China-Börder von Veku. Und der nächste noch. Und mal ein schöner Vogel. Sonnenvogel von Veku. Jetzt mal eine schöne Fontäne, die Luft, die Kuss von Veku. Luft, die Kuss von Veku. Fan, ja. War doch sehr schön. Und jetzt mal zur Abwechslung einen schönen Double Power. Das waren die, die ich gekauft habe für 10 Stück, ja 10 Stück 4 Euro. Und jetzt mal schöne von Leslie, China Böller D. Und da hinten auch schon welche am Start. Nice. Dann mal zur Abwechslung ein paar dicke Brummer. Sehr schön. Lass doch gerne jetzt schon mal einen Like da. Und jetzt mal schöne Knallfrösche von Veku. Obwohl so schön sind die nicht mehr. Aber ja. Und nochmal schöne China Böller von Leslie. Echt gut diese Scharste dieses Jahr. Und nochmal einen schönen. Mal ein bisschen China Quäcker. Und jetzt nochmal Knallfrösche. Mal eine schöne Fontäne. Mal eine Platt. Applaus Und mal schön zeigen wir die Raketen Ja, für den pressen die echt gut Wie waren wir jetzt drin? Zehn Stück, 1,11 Euro Und nochmal ein schön von Leslie Und ein schöner Kubi Der war auch gut Und eine schöne Rakete Das ist die Slithering Rakete von WECO Slithering von WECO Die war auch sehr gut Habe ich das kennen abgegert Noch mal eine schöne Pfeifrakete Und jetzt ein schönes Highlight Funke A Hat nicht gezündet Funke A Der war auch sehr schmackhaft Funke A Und ein schöner kleiner Kreis Mit Silberwirbeln Und jetzt mal ein schön römisches Licht War auch ganz gut Und eine schöne Rakete Die Silberflimmer aus dem Lollipop war es glaube ich tornadoes Ja Und Das ist so Deine Endes Oral Musik